Diese drei Eulen ziehen hier einen Dekokranz, den man ganz einfach selber gestalten kann. Ich habe hier den Papierdraht vom Herbst genommen, den ich mit der Rostcreme eingestrichen habe, gut trocknen lassen und kann jetzt hier mit dem Rubelkohl noch ein Holzästchen anmachen, welches die Eulen dann draufhütteln. Das lasse ich jetzt gut trocknen und beginne mit der Eulen zu stempeln. Dazu nehme ich die Kreativfolienreste plus die drei verschiedene Motive dieser Eulen und nehme eine Autorfarbe, und zwar Walnuss, die ich im Dekodul einarbeite und dann die Farbe auf die Eulen übertragen. Jetzt stempelte ich sie auf die Kreativfolie drauf und auf der Rückseite nehme ich noch eine andere Farbe, damit die Eulen schön zur Geltung kommt. Das mache ich jetzt hier in diesem Fall gerade mit dem Finger, weil die muss ich ja eh waschen und muss nicht nur ein Werkzeug mehr abwaschen. Ein kurzer Moment trocknen, dann kann man nachher die Eulen ausschneiden und nachher auf den Dekoring oder auf den Metallring, je nachdem was man den nimmt, jetzt in diesem Fall der Papierdraht, draufleimen mit dem Rubelkohl. Und vorher tue ich hier noch das kleine Eulen, das hängend von dieser Kranzseite runterkommt, noch mit dem Lochstanzen ein Loch machen und mit dem Naturbast den Faden rein, damit die lustig so hängen kann. Die Eulen ist ein perfektes Motiv, wo man das ganze Jahr ein bisschen aufhängen kann. Ich habe jetzt hier eine Version für Sommer, Frühling und mit der Goldfolie gibt es noch einen speziellen Touch drauf. Für Winter und Herbst kann man nachher drei Streuteile ersetzen. Für Winter und Herbst